So, im letzten Video haben wir ja nun eine Aufgabenliste erstellt. Wir haben die Mindmap übertragen in einen Gun Chart, aber wirklich viel von diesem Wasserfallsystem, das eben ein Vorgang dem nächsten folgt, das sehen wir jetzt noch nicht. Wir haben halt wirklich eine Liste an Aktivitäten zurzeit. Und das ist genau das, worum wir uns jetzt kümmern wollen. Wir wollen etwas Kontext und Logik in unseren Projektplan einbinden. Dafür wollen wir an allererster Stelle mal ein paar Projektphasen definieren. Klassischerweise nimmt man erstmal einen Startpunkt, hat dadurch einen Meilenstein, setzt dann eine Vorbereitungs-, eine Durchführungs- und eine Nachbereitungsphase und hat dann einen Endmeilenstein, wenn man es so nehmen möchte. Genau das wollen wir jetzt auch einmal machen. Und zwar setzen wir hier zuerst einen Meilenstein. Das kann man beispielsweise über das Plus-Icon machen, indem wir dann im Inspektor hier die Checkbox für Meilenstein ansetzen. Was wir auch machen könnten, ist, indem wir jetzt den Shortcut nutzen, das ist Option, Command-M, und schon haben wir ganz unten das Ende definiert, auch als Meilenstein. So, das sind so zwei Möglichkeiten, um Meilenstein zu erstellen. Jetzt wollen wir die Projektphasen aufsetzen. Wir haben hier die Vorbereitung. Ich habe das schon mal als einen Vorgang definiert. Und da wollen wir nun mehrere, ja, unterschiedliche Gruppen einsetzen. Das können wir jetzt beispielsweise machen, indem wir Control-Command-Rechter-Pfeil oder rechte Pfeiltaste drücken. Und schon werden diese, ja, Gruppen, diese Vorgänge eingerückt. Das ist Variante 1. Variante 2 ist, dass wir hier oben über die Funktionsleiste gehen und auch so einrücken können. Oder, was natürlich auch immer geht, ist über Drag & Drop. Das mache ich jetzt mal für den Rest. Da gehen wir hier auf die übrigen, die wir in die Vorbereitung einsetzen wollen und ziehen diese eben auf unsere Vorbereitungsphase. Dann haben wir hier noch die Nachbereitung. Dazu gehören dann diese drei Themen. Man muss jetzt nicht jeden einzelnen Vorgang da reinbringen. Solange man eben die Gruppe selektiert, kommen alle zusätzlichen Vorgänge ebenfalls mit in die Gruppe rein, in die Phase rein. Genau, damit haben wir dann grundsätzlich die Logik aufgesetzt. Uns fehlt jetzt bisher noch die Durchführung. Dafür gehen wir nun auf die erste Ebene, auf die Vorbereitung, geben eine neue Aktivität ein, nennen es Durchführung, können nun ein Kind einsetzen und haben so erstmal ein paar Vorgänge definiert, die dann eben in der Durchführungsphase stattfinden. Da kümmern wir uns später drum. Da kann dann beispielsweise die Agenda rein des Tages und vieles mehr. Was wir als nächstes machen wollen, ist eine grundsätzliche Logik einbauen. Natürlich brauchen wir erstmal den Startmeilenstein. Danach kommt dann eben die Vorbereitung. Nach der Vorbereitung kommt die Durchführung und nach der Durchführung kommt die Nachbereitung, bis dann das Ende des Projektes stattfindet. Diese drei Phasen und diese zwei Meilensteine verbinden wir nun mit einer Verknüpfung. Das können wir entweder so machen, dass wir die relevanten Elemente selektieren, rechtsklick drücken, hier unten auf Verknüpfen klicken und dann nehmen wir die Ende-zu-Anfang-Verknüpfung. Und schon sieht man, wenn ich jetzt den Startpunkt nach hinten schiebe, würde die Vorbereitungsphase ebenfalls mitkommen. Die zweite Variante, die wir haben, ist hier über die Funktionsleiste. Da klicken wir auf die Kette und schon haben wir eine weitere Verknüpfung eingebaut. Und das dritte, was wir machen können, was so mein Favorite ist, ist, dass wir selber die Verknüpfung malen können. Dafür klicken wir auf die Optionstaste und wir sehen überall diese kleinen Punkte. Man kann nun am Start eine Verknüpfung ziehen oder wir sagen, wir ziehen am Ende eine Verknüpfung zum Anfang des nächsten Elements. Und schon haben wir hier wieder eine Verknüpfung zwischen den einzelnen Phasen. Auch jetzt wieder, wenn ich ein Element weiterziehe, dann kommen die nachrangigen Elemente eben mit. Jetzt gibt es natürlich nicht nur Ende-zu-Anfang-Verknüpfung. Übrigens, was ich auch machen kann, ist, Verknüpfung wieder zu trennen und dann mit einem Mal alle Elemente miteinander zu selektieren. Das geht dann übrigens nicht für die nachrangigen Elemente. Die werden dann halt in der Gruppe mitgezogen, aber nicht auch einzeln selektiert und verknüpft. Und dann habe ich hier nun eben denselben Pfad. Wenn ich nun merke, okay, ich möchte nach der Vorbereitungsphase zum Beispiel noch etwas Pufferzeit haben, bis dann wirklich das Event durchgeführt wird, dann kann ich hier eben nun einen Puffer einbauen. Dafür muss ich einfach nur auf eben den Pfeil, auf die Verknüpfung klicken und dann sehe ich im Inspektor wie immer die relevanten Informationen. Gebe dann hier 1W zum Beispiel ein, um eine Woche Pufferphase einzusetzen und habe nun stets diese Pufferphase von einer Woche. Wenn ich das weiter nach hinten ziehe, dann wird hier weiterhin eine Woche Puffer drin bleiben. So, jetzt haben wir natürlich noch keine wirklichen Arbeitszeiten oder Dauern für die einzelnen Vorgänge definiert. Das können wir jetzt einmal kurz machen. Wir sehen per Default werden alle Arbeiten auf einen Tag gesetzt und wenn ich sage, okay, das Coffee Bike, dass wir das organisieren, das braucht schon ein bisschen länger, dann kann ich zum Beispiel eine 3 eingeben und die letzte Formatierung wird gewählt mit den drei Tagen. Ich kann das auch über 3T machen. Ich kann ein F dazwischen geben, um fortlaufende Tage zu nutzen. Das machen wir aber nicht mit 3, sondern das machen wir mal mit 7, damit Sie es sehen. Und schon haben wir hier das Wochenende mit inkludiert, während wenn ich 7 Tage eingebe, es 2 Tage in die nächste Woche reingehen würde. Einfach, weil fortlaufende Tage das Wochenende oder allgemein gesagt nicht arbeitszeitrelevante Tage mit beinhaltet und fortlaufende Tage eben diese Tage trotzdem mit in Berücksichtigung zieht. Genau, dann haben wir neben der Arbeit auch noch die Dauer. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel die Lieferung des Essens sehen, dann ist das ja etwas, was wahrscheinlich von einem Catering-Unternehmen übernommen wird. Also haben wir da selber keine Arbeit dran. Ja, wir haben in der Vorbereitung Arbeit, wir haben dann hinterher beim Tischdecken vielleicht noch ein bisschen Arbeit, aber ansonsten hat unser Team da jetzt nichts mit zu tun, sondern wartet nur darauf, dass das Essen geliefert wird. Und dafür wechseln wir nun von der Arbeit, also arbeitsrelevante Projektplanung, auf die Dauer. Das ist dann die zeitbasierte Projektplanung, indem wir sagen, hey, wir erwarten, dass die Lieferung des Essens wahrscheinlich irgendwie 3 Stunden dauert, ab dem Moment, wo wir das Go geben. Also klicken wir hier 3S und haben 3 Stunden eingegeben. Jetzt soll die Lieferung natürlich kurz vor dem Event stattfinden. Das heißt, ich möchte, wenn wir sagen, das Event selbst, der Tag der offenen Tür, ist zum Beispiel am 22. Januar, dann sage ich, dass wir den Startwert ebenfalls auf den 22. Januar legen wollen, weil sonst ergibt das ja relativ wenig Sinn. So, das machen wir über eben den genauen Startwert. Wir können auch ein frühes, spätes oder zwischen eingeben und haben so dann eben die Möglichkeit, das zu steuern. Jetzt können wir hier noch kurz eine Verknüpfung einfügen zur Vorbereitung des Mittagessens und schon haben wir hier die erste Logik eingebaut. So, jetzt hat sich beispielsweise in unserem Event schon gezeigt, hey, wir haben so ein paar Sachen bereits erledigt. Wir haben beispielsweise hier unten die Produktpräsentation, die haben wir immer parat. Das heißt, hier können wir sagen, das Ding ist schon abgeschlossen, indem wir einfach auf den Fortschritt klicken und ihn mit 100% markieren. Das können wir an der Stelle machen. Das können wir aber auch, wenn mit den Informationsständen selbiges passiert ist, können wir das in dem Inspektor machen, gehen auf die wirklichen Werte und klicken hier auf die 100%. Oder wenn es weniger ist, können wir hier auch einfach definieren, wie viele Prozente wir eben haben. Als erste Idee, was wir ganz gerne machen, ist, wir definieren es nur in drei Bereiche, weil irgendwann wird es halt sehr granular. Okay, bist du jetzt wirklich bei 10% oder bist du bei 20%. Also sagen wir, es wurde schon begonnen. Dann haben wir vielleicht, wenn wir gerade daran arbeiten, 50%. Wenn es abgeschlossen wurde, 100%. Oder wenn es eben noch nicht abgeschlossen wurde, 0%. Das ist so die pragmatische Variante. Aber es bleibt natürlich Ihnen überlassen, Wenn wir sagen, eine Aufgabe braucht 10 Tage und 2 Tage Arbeit sind da schon drin reingesteckt worden, dann können wir uns logischerweise jeden Tag 10% weitersetzen und starten eben mit den 20%, die wir jetzt heute am Ende von Tag 2 haben. Das so am Rande zu dem Fortschritt. Eine weitere Information, die hilfreich ist für den Start, ist der Projektkalender, den wir setzen können. Dafür gehen wir in die Projekteinstellung hier oben, haben hier Möglichkeiten zu sagen, okay, ab welchem Startdatum beginnen wir denn jetzt. Das ist normalerweise, wenn Sie ein neues Projekt öffnen, auf heute gelegt. Ansonsten können Sie definieren, welcher Wochentag da drin ist, welches Jahr, welcher Monat Ihr Geschäftsjahr startet und vieles mehr. Sie können aber auch, und das ist jetzt der wichtige Punkt, Ihren Projektkalender selbst definieren. Beispielsweise, Sie haben ein Unternehmen, wo wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche gearbeitet wird, dann können Sie den Projektkalender 24 hours nehmen und auswählen. Und schon hat das einen Einfluss auf Ihr Projekt. Wenn Sie nun sagen, Sie wollen einen anderen Kalender, können Sie sich hier einen neuen Kalender definieren und die reguläre Woche selbstständig eingeben. Das macht man hier unten. Wir gehen auf den einzelnen Tag oder selektieren alle Tage, für die es relevant ist, und malen nun die Arbeitsintervalle. Wir können ein langes Arbeitsintervall malen, wir können das Arbeitsintervall wieder löschen, wir können einzelne einfügen, dass wir sagen, hey, wir haben hier mal anderthalb Stunden, hier mal zwei Stunden und so weiter und so fort. Ich glaube, das Prinzip ist verständlich. Und das kann man natürlich fürs Wochenende genauso sagen. Oder wir sagen, wir definieren eine Ausnahme an Tagen, an denen beispielsweise gearbeitet werden soll, explizit, oder eben nicht gearbeitet werden soll, wie an Feiertagen. Wenn wir jetzt beispielsweise hier Heiligabend eingeben, dann können wir den Starttag auf den 24.12. legen, den Endtag ebenfalls. Und Heiligabend ist ja klassischerweise ein halber Arbeitstag. Also sagen wir das beispielsweise von 8 bis 13 Uhr oder wie es eben für sie passt, gearbeitet wird und der restliche Tag eben frei ist. So setzt man nun weitere Feiertage oder passt allgemein gesprochen den Kalender an ihre eigenen Vorstellungen an.